hallo und herzlich willkommen zurück zu fortnite rette die welt so meine freunde für die aktuelle sondermission müssen wir gloatsplot platzieren und zwar sieben mal und schaue ich mal was wir da so finden sie müssen gloatsplot sie mal einsetzen mal schauen ich sehe da schon das erste ausrufe zeichnen auf der map ja das ist mal eine neue art von quest glaube ich wir müssen vorräten ok das so auf tierart hatte ich die quest noch nicht ist der vorräte sammeln und da ist unser gloatsplot platziert nummer eins ich glaube jetzt nicht dass wir alle auf dieser map finden aber wir haben zeit bei von sieben geforscht beschaffen bau fahrzeuge ab suche objekte ok wir haben da jetzt mehrere aufgaben wie die map ok die art von der mission hatte ich noch nicht ich hoffe nur dass es sich zeitlich ausgeht weil wir sind nur zu zweit da ist der nächste gloatsplot sehr nice ich befürchte nur dass wir die mission eventuell nicht rechtzeitig zu ende schaffen könnten aber wir müssen da sehr viele aufgaben erledigen deswegen fokussiere ich mich weil wir jetzt einige gloatsplot ein bisschen mehr auf die mission selber auf dieser art hatte ich es noch nie ist auch wieder cool aber wir müssen sehr viel sammeln die nächste kiste also wir müssen vorratskisten zehn stück das habe ich jetzt wir müssen jetzt fahrzeuge abbauen und objekte durchsuchen objekte durchsuchen zählt es da in einem gebäude reinzugehen oder wie ich baue mal da fahrzeuge ab sieben minuten haben wir jetzt noch aber die zone kommt ja auch doch ein fahrzeug mal schauen ja sieben von fünf nice das zählt sehr schön also ich schau mal dass wir da ein bisschen einen fortschritt haben für die mission und nebenbei fahr ich auch rüber weil unten ist der gloatsplot ich weiß jetzt nicht ob wir da alle aufgaben erfüllen müssen aber ich bemühe mich natürlich weil die zone ja auch näher kommt die bereiche kleiner deswegen holen wir noch den gloatsplot der da in der nähe ist vier von sieben haben wir guter wert ich sehe einen aufstand der gloatsplots kommen alles wird brennen vier für eine map ist gut aber hinten ist noch nicht entdeckt also ich schau mal dahinten noch kurz an vielleicht ist da noch ein gloatsplot okay wir müssen auch felsen abbauen alles klar ich sehe da jetzt kein gloatsplot in der nähe weil bevor die zone da komplett alles verschlingt will ich da noch gut schauen nicht dass wir da noch was übersehen die mission wieder zu dritt oder zu viert mehr spaß machen ist aber eine coole mission also auf die art hatte ich es noch nicht wenn ich mich da nicht täusche hatte ich auf diese art die mission noch nicht hat was hat aber was so kommen wir bauen wieder ein fahrzeug ab fahrzeuge haben wir bald geschafft aber wir müssen noch die objekte durchsuchen ich glaube das zählt als durchsuche objekte ok ich glaube das zählt sobald wir da irgendwas öffnen gut felsen abbauen komm aber eine schöne aufgabe 11 von 5 ich schau da hinten noch weil die zone gleich alles dicht macht haben wir da hinten noch was übersehen haben wir da hinten noch was übersehen alles für die mission hätten sie die zone weglassen können die ist nervig bau mal die felsen jetzt ab so zwei felsen noch zum abbauen komm gönnen uns felsen ich möchte irgendwas durchsuchen bleib mal stehen ja müssen aber 30 objekte durchsuchen noch das nervt gerade könnte knapp werden wir müssen ein felsen noch abbauen so wo ist unser teammitglied der ist gerade ein down schauen wir ob wir da noch irgendwo objekte haben könnte knapp werden jetzt mit den objekten komm mal da im haus da gibt es sicher was zum durchsuchen komm ja nice komm noch was komm noch was ja schön schön ok jetzt wird es eng komm granaten rein gut ich bin down drei objekte noch durchsuchen ok ok rest ist bonus restes objekt nice gut glaube das sollte für die quest reichen ja schöne quest meine freunde schöne quest so weit zu dir schöne quest aber stressige quest so haben wir da alles da oben könnte das ein spa bereich sein ich schau nochmal tross der sohn nochmal ganz nach hinten da hinten sieht das für mich aus wie ein spa bereich das haben wir ja noch offen für die hauptmission ja schade nicht ganz wär zu schön die zonne die zonne deckt ja auch alles ab ja nichts mehr da sieht man ja fast nichts mehr da sieht man ja fast nichts mehr nö 1 bar bereich so drüber rein in die zone aber ich bin zufrieden wir haben vier glowspots vier von sieben und habt ihr von der ok keine ahnung was damit gemeint ist aber ich hoffe das reicht jetzt für den positiven abschluss für die mission sollte wohl genügen aber ist witzig ist mal was anderes ich meine was anderes abwechslung ich meine was anderes abwechslung der fette da hinten der geht auf meinen nackten sieben sekunden wir werden es gleich wissen ob die mission ausreichend ist ob die aufgabe ausreichend war für den positiven abschluss wir haben sogar einen bonus nice sehr schön also bleibt uns nur noch drei glowspots das hole ich dann einfach noch nach und wir machen im nächsten video dann auch die nächste quest also vielen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video vielen Dank vielen Dank